Einen wunderschönen guten Morgen, der heutige Tag mit meinen Tieren in der Meditation mit Lucy und Akia. Wir danken und bitten für die Erde und für alles was nötig ist, die Kraft und die Energie zu haben, um bei uns zu bleiben und ich danke auch Tobias für dieses schöne Bild, das er mir geschenkt hat und hoffe, dass ich mit seiner Familie den Kontakt wieder bekomme, weil er ist ein sehr lebenswerter, toller Mensch, doch unsere Emotionen sagen manchmal was anderes. Auf unsere Intuition zu hören, sie zu fühlen, zu erspüren. Diese Eule kommt aus Brasilien, von einer Kundin. Diese Traumfänger, habe ich von einer guten Freundin und der Pfeil ist echt. Das habe ich aus Eppelsheim von einer Dame, die auch schon in Sostakota war. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und damit beende ich das Video und gehe dann in kurzer Zeit ins Tages-Tarot über. Jeder Tag ist ein neuer Tag und jeder Tag ist ein neues Leben und eine immerwährende Übung in unserer Zeit. Und ich weiß, dass die Dinge kommen, wie sie kommen und alles gut ist. Ich danke euch, dass es euch gibt. Habt Wiedersehen. Ich danke euch.